Julio Manric Vicuna ist ein katalanischer Schauspieler und Regisseur. Leben Manric studierte zunächst Rechtswissenschaft an der Universitat Pompeu Febre und belegte Theaterkurse am Institut del Teatre in Barcelona. Von 2011 bis Ende 2013 übernahm er in Nachfolge von Calixto Beito die Leitung des Teatro Romea de Barcelona. Sein Nachfolger dort ist Boya Sitia. Auszeichnungen Für seinen Hamlet unter der Regie von Oriol Borgi Irol wurde er als bester Schauspieler 2008-2009 mit dem Premio de la Critique de Barcelona. Ausgezeichnet Theater Die Bühnentitel und andere Titel sind in katalanischer Sprache unter denen die Stücke aufgeführt wurden. Als Schauspieler 1994 Enemy de Classe von Nigel Williams Regie Josep Maria Mestre 1996 1996 Lafabet de Leguol von Raphael Duran 1996 Macbeth von William Shakespeare Regie Tamsin Townsend 1996 Bunyols de Quaresma von Mercedes-Benz Abad Regie Pep Anton Sanchez 1997 Clowns von Joan Montanis und Josep Maria Mestre Regie Josep Maria Mestre 1998 1998 Asiq Ue Pasen Cinco Anos von Federico Garcia Loca Regie Joan Olle 1998 1998 Peripherie Coltis von Bernhard Marie Coltis Regie Raphael Duran 1998 1998 Salvatts von Edward Bond Regie Josep Maria Mestre 1999 Mesura 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 von William Shakespeare Regie Calyx Tobito 1999 Fashion Feeling Music von Julius Hansen und Josep Maria Mestre Regie Josep Maria Mestre 2000 Anzia von Sarah Cain Regie Xavier Alberti 2000 Titus Andronic von William Shakespeare Regie Alex Rigola 2000 zu 2001 Terra Baisha von Angel Guimera Regie Fahan Madiko 2001 Juns Polaroids Explicitist von Mark Ravenhill Regie Josep Maria Mestre 2001 Farway von Carrie Churchill Regie Peter Brug 2002 Juli Cäsar von William Shakespeare Regie Alex Rigola 2003 Romeo y Julieta von William Shakespeare Regie Josep Maria Mestre 2003 Homnetgea Josep Montanis Regie Guilhem Jordi Gretz und Josep Maria Mestre 2004 Elvirus von Richard Brandt Regie David Selvas 2005 Salamandra von Josep Maria Benedioni Regie Toni Cazares 2004 LPE Estela Palla von Juiza Kunille Regie Xavier Alberti 2006 Palan Privenim El Abus Regie Lydia Pujol 2006 Abusht von Paco Cazoso Regie Alex Rigola 2006 On Pulfora von Angel Guimera Regie Saji Babel 2006-2007 Hotel Ello von William Shakespeare Regie Carlo Tazubiros 2007-2008 2006-2008 2006-666 von Roberto Bolano Regie Alex Rigola Uraufführung 2007 2007-2008 European House von Alex Rigola Eigenregie 2007-2008 La Torre de la Defense von Coppi Regie Marci Aldi von Sobo Marci Aldi von Sobo Dia de Patit von David Planer Regie Raphael Duran 2008-2009 El Bunelo de Hamlet von Luis Bunel Regie Pepin Bello und Alex Rigola 2009-2010 Hamlet von William Shakespeare Regie Oriol Brodsky 2010-2666 von Roberto Bolano Regie Alex Rigola 2010 Kosisku Edaim Avui von Niela Boute Eigenregie 2011 El Kredit von Jodi Galceran 2012-2013 Incendis von Vidi Muawad Regie Oriol Brodsky 2012 Senorita Juliak von Patrick Mhaber Regie Josep Maria Mestre 2013 10 Ennis Rekordan Mikvel Mati Ipol Regie Josep M. Mestre 2013 Muda Muda von Jordi Oriol 2014 Loncle del Clan del Zetao von J.I.J.J.S. Young Regie Oriol Brodsky Eigene Inszenierungen 2006 ELS Boscos von David Mamet 2009 La Forma Delicosis von Niela Boute 2009 Prodat von Mark Ravenhill 2010 American Buffalo von David Mamet 2010 Kosisku Edaim Avui von Niela Boute 2010 Lord del Zeraraz von Anton Checho 2011 La Critekte von Daniel Greig 2011 Elum de Gadier von Sergi Pompermeyer 2011 Prodat von Mark Ravenhill 2012-2013 4 Accords Silvia Pires S.C.R.U.Z. 2013 Robert Tuzoko von Bernhard Marie Koltes 2013 L.A.Y.J.U. 2013 Pensem Undesig Mitautor 2007 Elsigne de Les Corpi Regie Christina Gennibat Fernsehfilme 1999 La Memoria del Skagulz 1999 Nisaga Lensche 2001 Valeria 2001 Tems di Silenzi 2001 Carles Prinz Deviana 2001 Les Strategia del Cucut 2004 Delta Deutsch Krach im Paradies Erstsendung Arte am 22 Oktober 2004 2004-2004 Porca Miseria 2006 Kosisku Epaßen 2006 Camping 2009-2011 Infidels 2011 Ermes Ender 2011 14. April Matzia Contra Companies 2013 Isabel 2014 39 Plus 1 Spielfilme 2003 Soldados de Salamina von David Trüber 2004 Febrea von Silvia Quer 2013 Phil de Cain von Jesus Monlau